Hey, meine Rabauken, herzlich willkommen zum Uff Simulator. Wir haben das Spiel schon mal gespielt, ihr erinnert euch vielleicht. Der war das Ganze aber noch mit Gelotin und dieses Gelotin Tycoon, wo man Leute köpfen musste. Das hat Roblox nicht ganz so gefallen und das Spiel wurde verboten. Und jetzt spielen wir quasi die neue Version dieses verbotenen Spiels. Wir müssen hier die ganzen Köpfe einsammeln. Mein Charakter hier, mein Noob, der Uff sozusagen. Und jedes Mal, wenn wir einen einsammeln, geht der Automatikas zu unserer Maschine, wird umgewandelt in Uffs und damit in Geld. Wir können aber auch die Geschenke hier einsammeln, die in einem regelmäßigen Abstand kommen. Jetzt haben wir beispielsweise zwei Noobs. Diese Noobs können wir upgraden. Es ist viel passiert, es gab viele Updates. Es gibt beispielsweise jetzt hier den Dämonen-Noob, Rainbow-Fire-Noob. Schaffen wir das in der Folge? Wir hoffen. Wir brauchen sechs Standard-Noobs für einen Silber. Das heißt, das wurde extrem gepatcht. Das war noch viel schwerer, als wir die verbotene Version gespielt haben. Aber bevor wir das ab... Also warte mal, wie viel brauchen wir? Wir brauchen jetzt... Wir haben zwei und wir brauchen vier weitere. Das heißt eins, zwei, drei, vier. Jetzt haben wir... Jetzt haben wir doch schon genug, oder? Silber-Abfahrt, Alter. Da haben wir den Silber-Uffer. Und da kommen jetzt Silber-Köpfe raus. Wir können uns sechs Noobs auf einmal kaufen für 800. Boah, das ist aber ganz schön teuer, ne? Aber so ein Silberner gibt es jetzt halt sieben. Das ist schon sehr lohnend, sag ich mal, ne? Aber man kann jetzt noch was anderes machen. Das haben sie auch reingepatcht. Also erstmal wird vor der Base jetzt euer bester Charakter angezeigt. Das ist bei mir zum Beispiel Silber. Da sieht man hier, das ist Silber. Das müsste Gold sein. Das sieht schon relativ heftig aus, dahin. Was hat er für eine Farm, Alter? Wie viel Cash hat der? 800.000, 300 Noobs. Aber da kommen wir doch auch hin. Locker, flockig, Alter. Wir sammeln mal den ganzen Käse ein. Das Ding ist auf jeden Fall jetzt schon zu langsam. Wir müssen das updaten. Dann machen wir hier mal auf die achtfache Geschwindigkeit, würde ich sagen. Oder, na gut, jetzt haben wir zehnfach. Ey, Mann, ich wollte eine gerade Zahl. Jetzt habe ich elf. Aber jetzt ist es auf jeden Fall schnell genug und kommt hier mit unseren Noobs auch klar. So, die werden jetzt aber schon relativ teuer mit der Zeit, ne? Wobei, wir haben 400. Das heißt, wir können uns hier direkt ein paar holen. Direkt ein paar rein. Sind wir schon bei ein paar mehr. So, es gibt aber jetzt auch eine Slot-Machine. Und die will ich mir auf jeden Fall mal genauer angucken dazu. Aber die kostet Coins. Ich vermute mal, die kostet jetzt ein bisschen mehr als 100. Aber wir gehen mal hin. Und zwar der Noobomatic. Gebe Coins aus für eine Chance, einen Bonus-Noob zu gewinnen. Oh. Ein bis fünf Noobs. Zwei bis zehn. Drei bis fünf. Okay, wir brauchen 594 Cash, Leute. Let's go. Das muss doch hier drin liegen, oder? Ja, wir verdienen noch zu wenig. Wir brauchen noch einen zweiten Silberatzen. Aber können wir den jetzt nicht schon holen? Bam. Übrigens, falls ihr draußen ein bisschen was hört. Es ist nun ein Wetter. Berlin ist gewinnt. Ziemlich heftig, Alter. Man sollte lieber nicht vor die Tür gehen, wurde mir gesagt. Gut, dass ich in einer halben Stunde los muss zum Sport. Das ist ja wieder mal super Timing. Hoffentlich trifft mich kein Blitz. Also, falls kein Video morgen kommt. Alles habe ich nicht so gute Darrichten für euch. So. Wir sparen auf die Slot-Machine, würde ich sagen. Wir haben da mal ein bisschen Geld investiert. Warte mal, warte mal. Was passiert, wenn ich die jetzt upgrade? Das ist ja komplett krank. Warte mal. Boah, was kriegen wir da? Raus. Was denkt ihr? Also, ein Gold kriegen wir natürlich. Aber kriegen wir auch ein Smaragd schon? Let's go. Nein, nur zwei Gold. Wir brauchen vier Gold. Oh, jetzt kriege ich aber so viele Uffs, Alter. Gön, gön, gön. Was ist die Mitte? Zwölf. Das heißt, ich würde jetzt mal Pi mal Daumen schätzen, dass... Warte, ich kann ja ausrechnen. 25.100. Ach, die werden ja immer teurer. Nee, das ist komplett voll. Mindestens so 13. Also 15. Mindestens 15. Gönn. Bitte, 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 bitte. Vier! Ich hab fast... Ich wo... Ganze reinholen. Boah, jetzt Upgrade. Boah, jetzt kommen hier so viele runter, ne? Boah, guck mal. Die haben die Performance aber krass verbessert. Beim letzten Mal hat das übel rum... Junge, ey, was ist das? Das ist ja komplett krank. Ich hab eigentlich gar keinen Bock, die zu upgraden. Ich will so richtig viele haben. Aber es lohnt sich natürlich, die zu upgraden. Aber auf der anderen Seite hab ich gar keinen Bock. 17.000. Dann... Oh, Junge, Alter. Guckt euch das mal an. 17.000. Er kriegt sechs weitere, ey. Abfahrt. Aber der kommt nicht mehr hinterher, Mann. Die Gackmaschine. Wir machen hier nochmal 30 drauf. Das schafft er 30 pro Tick mehr. Das ist schon ziemlich viel. Jetzt müsste er doch hinterher kommen, oder? Wir beobachten da weiter. Er war bei 4.500. Jetzt ist er bei 5.000. Verdammt. Aber die Zahl geht runter. Die... Ah, mh. Dass wenn die goldenen Baller kommen, dann steigt sie halt wieder. Aber sie stagniert so ein bisschen. Aber so kommen wir natürlich nicht voran, ne? Da brauchen wir mehr Power in der Maschine. Wieso haben wir denn sonst hier... Oh, ja, okay. Ob ein Preis jetzt so wichtig ist, weiß ich nicht. Ey, wir haben gleich den 200. Noch einen, dann haben wir den 200. Das ist natürlich nice. Warte mal, dann lass wirklich mal... Jetzt haben wir fast die 17.000 zusammen. Genau jetzt. Sechs weitere. Bam, Alter. Fast noch mal eine ganze Reihe. Das ist schon geil. Jetzt lass aber wirklich mal auf 3.000 sparen. Und vielleicht auch direkt auf 6.000. Ich lass 3.000 machen, weil die Maschine kommt da vorn und hinten nicht mehr hinterher. Wird auch mal sagen, wir haben jetzt genug Spaß gehabt. Es ist ja in der Zeit, die jetzt zu upgraden. Go! Eins Maragd. Da ist er. Der ist mal... Jetzt brauch ich drei von denen. Dann kann ich einen Ruby machen. Oder hab ich das richtig gelesen? Warte mal, warte mal, warte mal. Drei Emerald gleich einen Ruby. Ja. Okay, jetzt haben wir vier. Warte, lass mal kurz gucken. Wir haben vier Silberne. Ein weiterer Silberne. Dann haben wir vier Goldene. Und damit haben wir einen weiteren Smaragd. Also wir brauchen noch... Noch fünf weitere normale. Ja. Noch fünf normale. Dann verwandelt sich alles zu dem zweiten Smaragd. Dann haben wir nur noch zwei Smaragd-Typen für fünf. Jetzt noch vier. Noch drei. Ich hab zwei gekauft. Noch drei. Noch drei. Noch drei. Noch zwei. Zack. Nein. Das wird schwein. Das wird schwein. Noch einer. Maschine kommt immer noch gut hinterher. Passt soweit. Und... Zack. Wenn ich jetzt auf Upgrade drücke, sollten zwei Smaragde rauskommen. Bam. Das ist richtig chillig. Das kann ich mich nämlich einfach hier hinstellen und meine Smaragdos einsammeln. Jedes Mal 170 in die Teschkass hier. Frage ist, kommt meine Maschine jetzt noch hinterher? Aber es sieht ganz danach aus. Boah, ist das chillig. Nur zwei Maschinen. Geil. Meine Freunde, ab hier geht es ohne Facecam weiter, denn ich war beim Sport und hab... Mucki, geh vom Rad jetzt runter, Papa muss arbeiten. Ich habe das Spiel die ganze... Also nicht komplett die ganze Zeit, aber schon mehrere Stunden laufen lassen und ihr seht, ich habe 3,5 Millionen. Ich habe ein bisschen was gelernt, Leute. Passt mal auf. Und zwar... Äh... Frage ich mich erstmal, warum ich... Ah, wartet. Warum ich keinen Sound habe. Ich habe das gemutet, damit mir das nicht auf die Nerven geht, Leute. Und zwar, wenn man 6 Noobs auf einmal kauft, kriegt man wirklich einen fetten Babarabatt. Denn wenn du 6 mal für 4,62 kaufst, dann bist du bei 27k. Plus wird ja jeder Noob, den du kaufst, teurer. Das heißt, du wärst locker bei 30k. Hier bezahlt es aber nur 22k. Ist also ein dicker Rabatzen. So, wir haben 3,5 Millionen. Wir gehen da ein paar Mal drauf, würde ich sagen, Leute, oder? Zack. Gott, mein Geld wird nicht mal weniger. Warte, wie hoch... Wartet mal. Sag mal, wie hoch kann ich diese Farbe jetzt eigentlich machen? Kann ich einfach drauf stehen bleiben? Ah, nee, warte. Ich muss so ein bisschen mich lowkey bewegen. Dann machen wir diesen hier. Oh, guck mal, wie schnell die wächst, Alter. Wir gehen auf Maximum. Wir bringen den Zollber zum Crashen, Alter. Let's go. Ich will auf Maximum. Oh Gott, den Geld sind fast alle, Alter. Wir sind immer so ruhig. Oh. Ui, Karamba, ey. Oh, Alter, wie die ganzen Köpfe runterfallen. Junge, was ist das? Hilfe. Also, das ist Businesses-Boomel, würde ich sagen. Das Problem ist jetzt nur, dass unsere Maschine hier in der Tür... Oh, Junge, der kommt direkt auch gucken. Oh, warte mal, es gibt einen Preis, Leute. Den sammle ich doch natürlich ein. Wer den Noob nicht ehrt, ist doch die Robi nicht wert, sage ich doch auch immer. Doch, haben wir doch schon auch immer gesagt. So, wir gehen, äh... Wir können mal einen Upgrader machen. Wir haben ja sehr viel. Wir haben mal einen Upgrader. Mal sehen, was da kommt. Rubin. Lass mich erstmal hier alles einsammeln, was in diesem Body ist, Alter. Ein Rubin. Der gibt halt 550, ne? Das ist halt schon wild eigentlich. Unsere Maschine ist definitiv inzwischen zu schwach. Das heißt, wir gehen hier mal auf so 201. Das ist doch eine schöne Zahl. Da haben wir genug Power auch, ne? Wir haben hier aber noch 700.000, Leute. Es geht weiter. Es geht weiter. Wobei, jetzt nimmt das Arsch schnell ab. Wie teuer jetzt plötzlich. Alter. Aber es ist halt nun mal so. Was willst du machen, Leute, ne? Für was wollen wir unser Geld sonst ausgeben? Upgrade. Zwei Rubine. Ey, warte mal. Für einen weiteren Rubin kriegen wir einen Diamond. Warte, warte, warte. Wieso haben die kein Skin? Ach, weil das Silberne sind. Wei, 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 wei. Okay, Alexa hat mir gerade... Nein, ich habe das natürlich im Kopf gerechnet. Ach so, klar. Hat mir gerade gesagt, dass man 1080 Noobs braucht für einen Diamond. 1080. Da fehlen uns wirklich noch viele. Aber wir progressen auch jetzt gerade gut. Weiß ich alles nicht, Leute. Können wir ja ein Upgrade schon mal machen? Jetzt haben wir einen weiteren goldenen. Unsere Maschine kommt aber auch nicht hinterher. Das ist auch das nächste Problem. Da müssen wir auch wieder Geld investieren. Denn wir haben doch aber kein Geld. Ich brauche 1000 Noobs. Wird die Zahl kleiner? Das ist jetzt die entscheidende Frage. Ja, die wird definitiv... Die wird ein Scheiß kleiner. Die wird gar nicht kleiner. Die wird größer. Oh, doch. Es ist... Ja, okay. Sie ist stuck ziemlich hart. Das aber uns auch nichts bringt. Die soll nicht stacken. Die soll klein... Nee, die wird sogar größer. Wir müssen noch mehr in die Maschinen investieren. Junge. Das ist aber alles gar nicht an meinem Geschmack hier. Ich will doch in Noobs... Oh, ein Noob. Einer weniger, Leute. Bleiben nur noch 250, die wir brauchen. Geil. Nee, sogar mehr, weil wir ja 8... Also wir brauchen ja 1080. Aber wir sind doch bald bei 2 Millionen Ufs. Nee, das ist schon wild. Bin mal auf 300 gegangen. Das sollte doch jetzt vielleicht reichen, zwei Rubin-Sachen hier zu supporten, ey. Und ich will, dass sich alle perfekt haben. Und jetzt... Genau. Und jetzt mich hier hinstellen. Und den alten Trick wieder anwenden. Und jetzt können wir auch die Zahl beobachten. Wird sie niedriger? Weil wenn die jetzt... Die wird immer noch nicht niedriger. Das darf der wohl nicht wahr sein. Eine weitere Stunde Off-Lap fahren. Wirklich, wenn das Video kein Like gibt. Ich habe hier so gepowered off-camera, Alter. 1012 Noobs. Guck mal, diesen Nicolette, wisst ihr noch? Der hatte... Der hatte den Todesabstand, das ich hier angefangen habe aufzunehmen. Jetzt habe ich den fast ein. Bin ja drauf ein Probi-Germälo. Guck mal drauf. So, wir sollten jetzt eigentlich den Diamond zusammenkriegen. Ich habe es ein bisschen vorkalkuliert. Wir brauchen 1080 Noobs für den Diamond. Gehen wir mal rein, Leute. Guck mal mal. Ich denke, ich habe sogar viel zu viel. Nee, die sind schon sehr teuer. Habe ich gar nicht. Habe sogar zu wenig. Mir fehlen 8, ey. Vor allem immer, wirklich immer ganz, ganz wichtig. Die Maschine halt natürlich upgraden. Aber auch diesen Preis einsammeln. Weil guck mal, ein Preis ist bei mir jetzt schon 20.000 wert. Überleg mal. Junge. Warte, warte, warte. Das geht hier so nicht, wenn ich das upgrade. Das ist ja eine Katastrophe. So, wir brauchen noch 8. Das ist ja nicht so viel. Das heißt, wir kaufen einmal 6 und dann einmal 2. Aber das kostet inzwischen 94.000. Das ist ganz schön teuer, ey. Nur einen Preis einsammeln, Leute. Klar. 20.000 in meine Tesch. Wir haben genug. Wir gehen jetzt auf Upgrades und dann müsste ein Diamond rauskommen. Ich bin gespannt. Boah. Da ist er. Junge, ganze Müll hier weg. Ich würde die Diamantköpfe sehen. Los. Da sind sie, da sind sie, da sind sie. 1770. Alter Schwes. Kann ich doch einfach hier vor dem stehen bleiben? Kann ich einfach so einsammeln. Guckt euch mal an, wie geil der aussieht, ey. Boah. Wir sind sehr, 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 sehr rich. Mensch, kommt die Maschine mit einem Diamond hinterher. Lasset uns das mal über. Ihr müsst überlegen, dieser eine Noob sind 1080 Noobs, die ich gekauft habe. Das ist doch krank. Boah, da hat sich der Grind aber auch gelohnt, Leute. Ich hoffe sehr, euch hat die Folge gefallen. Flankt auf jeden Fall den Like-Button. Wichtig. Abonniert auch den Kanal natürlich auch mal. Tut mir leid wegen der Facecam. Aber wir haben es jetzt nachts. Ich habe schon geduscht, Leute. Und den Einblick wollte ich euch ersparen. Spaß. Wir sehen uns morgen gerade. Ciao.